Das angstvolle Weib bat, ihn zu schweigen, wollte ihm den Mund zuhalten, er ließ sich nicht wehren und trieb's immer Ärger. Plötzlich drängte sich jetzt der jüngste Bube an die Mutter an, schrie bänglich, »Ach, der schwarze Mann!« Getrost fragte Veit, »Wo?« »Dort lauschte er hinter jenem Baume hervor, und alle Kinder krochen in einem Haufen zusammen, bebten vor Furcht und schrien jämmerlich. Der Vater blickte hin und sah nichts. Es war Täuschung, nur ein leerer Schatten. Kurz, Rübezahl kam nicht zum Vorschein, und alles Rufen war umsonst. Die Familienkarawane trat nun den Rückweg an, und Vater Veit ging ganz betrübt und schwermütig auf der breiten Landstraße vor sich hin. Da erhob sich vom Walde her ein sanftes Rauschen in den Bäumen, die schlanken Birken neigten ihre Wipfel, das bewegliche Laub der Espen zitterte, das Brausen kam näher, und der Wind schüttelte die weit ausgestreckten Äste der Steineichen, trieb dürres Laub und Grashalme vor sich her, kräuselte im Wege kleine Staubwolken empor, an welchem artigen Schauspiel die Kinder, die nicht mehr an Rübezahl dachten, sich belustigten und nach den Blättern haschten, womit der Wirbelwind spielte. Unter dem dürren Laube wurde auch ein Blatt Papier über den Weg gewehet, auf welches der kleine Geisterseher Jagd machte. Doch wenn er danach griff, hob es der Wind auf und führte es weiter, dass es nicht erlangen konnte. Drum warf er seinen Hut danach, der es endlich bedeckte, weil es nun ein schöner weißer Bogen war und der sparsame Vater jede Kleinigkeit in seinem Haushalt zu nutzen pflegte, so brachte ihm der Knabe den Fund, um sich ein kleines Lob zu verdienen.